Hallihallo, heidiho, ihr Leutchen-Zuschauer, ihr wisst schon. So, äh, ich mach weiter hier im Geister-Tüppel bei Zelda-Combine of Time Masterquest. Und guckt euch das Filme an. Hahaha. Stirb. Stirbt auch ihr, ihr kleinen Mistviecher. Wow, yeah. Magie? Ach, ist das schön, Magie. Geil. Ähm... Da müsste ich irgendwie rauf. Yeah, peng. Leute. So. Ähm, ja, wie mach ich das jetzt am besten? Ich weiß, wie ich's mache. Leute, ich mach's einfach so. Also, so. Also, so, ne? Haa. Njung. Yeah, ich bin natürlich wieder perfekt gelandet. Haha, Scherz. So. Ups, das war doof. So, und wir haben jetzt Zelda's Liegenlied? Ne, Zelda's Wienglied haben wir jetzt gespielt. Na, 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 na. Eine Kisse, ist die jetzt oben oder unten? Die ist unten, oder? Ja, die ist... Waaah, was? What the? Oh, mein Gott. Boah. Ach, du Scheiße. Alter. Mein Herz. Ach, du Kacke. Das Vieh hat mich erschreckt. Das Vieh hat mich sehr erschreckt. Oh, mein Gott. Nie wieder. Oh, mein Gott. Ich muss mehr auf meine Umgebung achten. Oh, nee. Leute, das Ding hat mich jetzt echt erschreckt, ey. Boah. Nee, nee, nee. Ist die Kisse noch da? Was? Sag nicht, dass... Was? Nein, oder? Ach, Mann, oh. Aber da habe ich mich doch gerade geil erschreckt, oder? Oh, mein Gott. Ey. Das war echt Schock, ey, so. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Ich habe da... Ich habe das gar nicht erwartet. Aber, naja, ich sehe es auch positiv, dass ich jetzt nochmal da hin kann. Denn jetzt kann ich nochmal das Vieh hier irgendwie angreifen und praktisch nochmal Magie tanken. Yeah, Attacke. Yeah. Ja, und Volltreffer. Was wollt denn hier? Kommt her, ihr Schweine. Stopp, 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 stopp. Yeah, Magie, Magie, Magie. Und hier unten gibt es auch nochmal Magie. Ha. Und ich habe schon wieder fast volle Magie. Ist das nicht toll? Yeah. Okay. Ich habe jetzt eigentlich zwei Wege zum Gehen. Oder, naja, im Moment nur noch einen. Oder im Moment nicht nur noch. Im Moment nur einen. Aber wer weiß, vielleicht bekomme ich ja den Schlüssel in der Kiste, die hier ist. Komisch, hier kommt nichts. Hä? Wieso muss ich nichts spielen? Ist die... Ist die Kiste doch da? Hä? Was? Ich komme mir verarscht vor. Die war doch gerade noch nicht da, oder? Äh, fünf Robine. Toll. Aber nee, ich... Ich bin gerade... Echt ein bisschen verwirrt. Ich gucke mal, was passiert ist, ob ich mich da so irgendwie... Nee, klappt nicht. Okay. Leih, aber... Nee, das ist... Die Kiste war doch eben noch nicht da, oder? War die schon da? Ach, ich weiß es nicht. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Äh, ich muss mich da rüber schießen. Okay, das ist ein bisschen... Aua, ja, ja. Hau gegen dein Headset gegen. Super. Lächeln! Äh, listen! Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen! Äh, tolle Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. So, ja, komm her. Lass dich killen. Ho, ho, hua, hua. Huo. Geil. Ah, ja, komm her, Kumpel. Huo. Was? Ach, du, ihr, ihr... Ja, komm her. La, la, la. Und Angriff. Schon tot? Was wirst du für ein schwaches Vieh? Ja, toll. Und wie mach ich das jetzt so? Wie mach ich jetzt so hier? Das ist doof. Ich... Ich weiß nicht, was ich... Hä? Vielleicht... Nee. Aber... Äh... Ich hab noch gar keine Lichtpfeile. Loll, ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ähm, ja. Was? Ach so, das ist... Ach so, ja. Aber nee, ähm... Versteh ich nicht. Nein, man... Oh. Irgendwie muss ich doch jetzt... Ja, wartet, hier ist noch was. Ja, das war nicht... Wartet mal. Wartet mal. Das Auge der Wahrheit. Ja! Ja, hab ich's doch gewusst. Haha, ich bin so gut. Nein, was mach ich da? Falsch. Küsse! Oh, Mann. Bin ich gut oder bin ich gut? Was ist ein Herz? Wieso ist hier... Oh, was? Äh, aber... Mann, oh, das ist doof. Na gut, erstmal hier so. Hm, na, 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 na. So, peng. Heya! Alles klar. Aber... Ich find das voll komisch, Mann. Ich... Ich weiß echt nicht. Ach, Mann. Lass mich doch alle in Ruhe. Huah, huah, huah. Lach nicht. Was? Ich wollt grad sagen, das Vieh kommt jetzt runter und will mich angreifen. Aber wartet mal. Ich krieg von den... Von den Viechern krieg ich Deku-Kerne. Deku-Nüsse. Deku... Ihr wisst schon, Deku, ne? Ho! Ho! Ja, ja, komm her, du doofe Hand. Oh, tschüss. Attacke! Ha, ha. Geld! Nee, aber... Hm... Wie kann ich das Ding hier öffnen? Leute, ich... Ich weiß grad nicht weiter. Ich find's doof. Hm? Ich find das grad sehr doof. Denn eigentlich müsste ich hier so... So mit... Lichtsch... Äh, Schild... So Spiegelschild müsste ich hier eigentlich so Licht machen. Hm... Vielleicht Bomben? Oder vielleicht muss ich wirklich in den ersten Raum und da Sachen machen. Ja, wisst ihr was, Leute? Ich geh nochmal in den ersten Raum. Das mach ich jetzt so. Ich geh in den ersten Raum. Ja. Toll. Ich weiß nämlich grad echt nicht mehr, was ich... Wie, wo... Machen muss. Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Ich renn jetzt einfach nochmal hier hin. Ha, ha, ha. Und schreie ein bisschen. So, dann... Muss ich wohl... Wann mal, das hat doch irgendwas zu bedeuten hier. Hö, komisch. Hö, komisch. Ja. Ha. Da, 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 da. Und hier haben wir noch einen Stein. Uh. So. Ich glaub, ich muss doch probieren irgendwie... Aber hier kommt doch noch... Irgendwie kommt hier noch eine Kiste. Wann mal, war das so, dass man gegen das Auge schießt und dann kam die Kiste? Oder... Oder wie war das jetzt so? Äh... Nee. Und wenn man da oben ging, schießt er dann auch nicht. Oh, Mann. Und da muss ich jetzt auch irgendwie hinkommen. Ich probier einfach nochmal den Trick. Was hab ich schon zu verlieren? Nee, doch echt, ey. Was hab ich schon zu verlieren? Tja. Pia. Hey. Oder irgendwie so. So. Und Bomben. So. Äh... Wünscht mir Glück, dass jetzt so Zeugs ist. So. Nein. Es hat nicht geklappt. Warte mal, was ist, wenn ich einfach nur so mach? Mal gucken. Nee. Hm. Das ist schon irgendwie doof. Ich probier's nochmal. Oh, Mann. Ich kann das nicht mehr. Das ist doof. So. Zack. Zack. Äh... Das war, glaub ich, zu früh. Jetzt aber. Oh, Mann. Jetzt bin ich, glaub ich, schon wieder zu spät. Waaah. Oder. Ah, nee. Nix da. Das ist so doof. Ich will da rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Okay, einmal. Ah, nee. Nicht einmal. Ach, Leute. Wisst ihr was? Ich guck im nächsten Video weiter. Ja. Äh. Ich sag jetzt, äh... Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.